Ja, mein Witz. Bitte ein bisschen Ruhe, jetzt kommt mein Witz. Also ein Mann geht da so über die Straße und auf einmal trifft er einen Pinguin und denkt so, hui, hui, ein Pinguin und geht mit dem Pinguin zum Polizisten und sagt zum Polizisten, ja ich habe hier einen Pinguin und der Polizist sagt so, ja dann bringen sie dann doch ins Zoo. Ja, drei Stunden später, der Mann wieder auf der Straße, kommt wieder zum Polizisten, sagt der Polizist, ja, sie haben ja immer noch den Pinguin, waren sie ja nicht im Zoo. Sagt der Mann, ja doch, aber jetzt gehen wir ins Kino. So, danke, jetzt könnt ihr weiterkommen. Wie nennt man den indischen Gott der Putzfrauen? Vishnu. Also wegen Wischen und Nu wegen Sofort, das sagt glaube ich der Chef oder so. Ist lustig, ne? Ich verfolge hier jetzt die Reihe der Tierwitze. Australien, Känguru, Känguru hüpft, 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 wie das Kängurus so machen, hüpft, hüpft. Plötzlich geht der Beutel auf, ein Pinguin schaut raus, kotzt und sagt, scheiß Schüleraustausch.